ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft infinity und da ist jetzt ein blauer ball schön ja und es leckt ohne ende bei dir ja für mich ja weil ich noch rinder ja das hier das hier ist ja meine energiereaktoren wer wissen will wie der funktioniert der guckt jetzt in die video beschreibung dann könnt ihr bei ihm gucken wie er gebaut wird bei mir wahrscheinlich irgendwann der video beschreibung kommt ihr zu meinem channel hoffe ich und dann ja wie ihr vielleicht seht nehme ich jetzt gerade also ist das video in 60 fps ich hoffe mal dass es flüssig er sollte aber eigentlich für sie sollte aber eigentlich eigentlich sollte das flüssig sein ich meine hier sehr fest sollte wohl funktionieren so dann gehen wir mal zu mir würde ich sagen oder du guckst mal in den reaktoren guckst gleich wieder eine millione f produziert ok 9,83 ja ich drehe den output auf du drehst ihn auf du drehst ihn auf wie tränen auf hier weil 2 9 6 7 8 9 oder eine will eine million eine million 1 millionen mehr zieht da nicht raus jawohl da haben wir es die temperatur geht hoch energiesättigung fällt und ja die energieproduktion geht jetzt stellen da oben hat er ist das geht jetzt auch mehr es geht runter die energie seitigung jetzt runter und dann musst du das immer wieder abschalten dass weniger wie 20 dafür nicht machen also kann ich schon machen aber dann wird es gefährlich und ich wundern eben machen der macht eigentlich einen ton den haben wir aber hat mal durch regen ausgemacht weil für den anfang macht das ist ein bisschen weiß ich jetzt nicht ich mag das ja nicht so gut dann ja 1,1 millionen ziehe ich jetzt gerade raus aus dem ding jetzt kommen wir kapacita bank hier drüben nicht also ich kann nicht mehr energie rausziehen als diesen wert aber es ist schon einiges und der reakt ich bin mal gespannt wie viel der reaktor am ende produzieren wird weil es geht ja immer und immer weiter bis ich den reaktor abschalten muss wegen dem fuel conversion level aber der ist ja nur gerade mal bei 23 prozent das kann auch dauern also vielleicht zwei millionen rf pro tic ich weiß es nicht ich muss da unten im keller noch anbauen in mein energiekeller da ist da kann man ja auch mal reingehen warte da unten marcel benutzt man meinen strom ich krieg den nicht los da hatte hier so zwei ball und der der ball ist ne warte der ball ist voll der ball hier ist voll und der ja der ist naja gut oder ist der renderer fertig ja gut der ist jetzt gleich ist er bei 1,1 ich lass ihn mal so stehen ich meine mehr energie kann nicht rausgehen 28 wird 20 prozent erreichen wir nicht wir haben wir schon 97.000 wieder also irgendwann geht die generation rate über das was ich rausziehen dann geht die energiesättigung wieder hoch und dann ist sowieso wieder alles stabil gut ja das machen wir jetzt gehen wir aber wirklich mal nach hause jetzt gehen wir mal rüber zu marcel ich wollte mal mein system ausbauen oder musik hat man auch ich dachte du willst auch den reaktor jetzt ich habe meine maus vergessen egal die kann ich jetzt nicht mehr ändern ich habe jetzt meine maus hier nicht ja muss man nächstes mal dann mal ändern so wie ich wollte dass er mir das hier ein bisschen abkriegen und zwar dass ich auch mal will es hier dran kann und fluids und so ein zeug und ich kann ja alles übrige was ich ja schon nachher und ich brauche mehr kraft ist deutsch was meine meine 64 64 64 kraft ich mir mal ein 64 also start hier in dem dingereck ruckelt also dass die maus ruckelt hier so ein bisschen wenn ich hier drüber gehe ich habe das mac es funktioniert ja marcel hat ja seinen neuen pc und nimmt jetzt hat mit einer elgato auf also er nimmt die wiedergabe von dem neuen pc auf so zu sagen ja ich nehme so auf wie ich meine wie ich die ps4 aufnehmen also hundertprozentig gleich ich hoffe nur das läuft alles so was man also dann haben wir die dann brauche ich und ich bin hier so ein bisschen darum ein bisschen hilfestellung zu leisten also ich brauche dann ich mal sogar so ein ultimate solarpanel geschenkt und jetzt hast mir ja noch so und was ist das ein quantum solarpanel das ist mir auch noch geschenkt was ich brauche ich würde das für kraft machen willst was ich ja machen wollte aber irgendwie ist das scheiße geworden ich brauche die da das macht er jetzt aber nicht oder macht er das nein habe ich jetzt geschrottet habe ich jetzt geschrottet ich wollte nämlich gar nichts mehr soll der kann den sand nicht verarbeiten habe kein sand so es war doch alles angeschrottet der glas herstellen da muss doch schön wo denn was war das denn jetzt war das ja eingang war hinten statt unten das habe ich auch schon jetzt mal umgeschrott ein scheiß also noch mal prozessor den ihr nix start hier habe ich sogar alles bis auf das da hat zwei minuten brauchte für das 64k ding was brauchen wir zwei minuten steht das oder auch da steht die zeit langer noch braucht ernst woher weiß er denn wie schnell das hier ist ich konnte so einfach gar nicht jetzt bleibt nämlich die zeit stehen bringt ihr nur bringt ihr nur was bei bei den crafting rezepten also molekulation was macht der wo ist welche welche arbeit in hart hier arbeitet nicht ich glaube du hast einen fehler in deinem system kann das sein ikon arbeitet nicht hä wieso arbeite ich jetzt die ikon nicht da was macht er das nicht unten ist kein außen doch blau ist doch unten warte mal ich guck mal mit der jeter ranz hier was bau mal item conduit also da zieht das hier raus und pumpt es wieder unten ins im interface da muss es ja oben rein von unten muss es herein ja unten geht es rein ja macht aber hinten geht es raus geht wieder ins im sms macht er ja nicht noch nicht noch nicht da los crafting silicon macht man das mal auf wir machen wir machen noch mal alles aus hier so alles canceln jetzt startest du noch mal neu wie war das das war die hier naja 64 nix start so jetzt läuft da jetzt läuft die maschine komisch total komisch 50 sekunden wenn es stimmt wenn man warten muss bis es fertig ist kann man hier warte ich muss jetzt erst mal wieder einstellen nur das was ich gemacht habe ich brauche hier von allen sag mal wenn er fertig ist mit was wenn er fertig ist generell mit den kräften ja ja sag ich für bescheid sollst du das da machen ja er ist fertig und jetzt hat alles reingelegt und los nicht fertig jetzt oder was macht schon ja der macht schon hier guckt guck der sondermach ist er sich fertig sollte auch es fehlt jetzt noch es fehlt noch der da ernsthaft der da fehlt jetzt noch jetzt bin ich hier nur noch im kraften ding weil ich höre auf dem folgen sind die schönsten folgen ja das ist die sind immer schnell hochgeladen weil der weil der wenig rendern muss ich habe flugskabel hergestellt hier zum ersten mal ja das irgendwie ja nicht aber weiß ich nicht dann brauche ich den hier nein die leckt nicht mehr geil ich kann wieder spielen das problem ist das habe ich alles optimal also alles ist jetzt falsch ist jetzt da in der mache achte security ding machst du nein er hat jetzt den energieprozessor wurden arm ja den benutzt er natürlich mal vorher rausnehmen müssen ja also der macht schon fertig ich bin aber schnell so da habe ich jetzt das security terminal so gut dann brauche ich noch den access point nah hier den wer das access point da fehlt mir ja alles naja herr alles alles hat kabel auch nicht ach das ist doch jetzt kabel machen wir mal 100 stück ist jetzt nicht mehr waren nur so viel wie ich brauche erst mal so nein dann das hier so haben wir das gemacht dann müssen wir den dann noch machen ich hasse es ist gehaften eigentlich dass nichts automatisiert ist weil es immer so viel ist dass man dann machen muss in der alten version war es noch einfacher da hast du ja die normalen crafting rezepte einfach rein machen können jetzt hat musste ja jedes item schon haben einmal haben dass es geht die legendäre käse ich kann jetzt einfach an eine kabel anstellt ist erst millionen wo ich spiele im vollbild und alles ist flüssig auch wunderbar auch schön so jetzt habe ich das will ist terminal das kann ich einfach hier ein kabel anschließen das ist alles angeschlossen dann brauche ich noch ich kann muss jetzt im system nicht mehr machen was brauche ich denn dann noch ich brauche dann noch irgendwas ich kann aber da rein gucken ich kann dir sagen dass es gerade 359 af pro tic verbraucht wie viel was du hast du gesagt ich brauche eine karte hast du gesagt biometrik wo ist die denn wo ist die denn wie sieht die aus biometrikkart 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 hä such mal eine karte zwei seiten toll oh es gibt ein gameboy haha da nicht so wirst du wie sie aussieht geht nicht geht nicht hier das booster genau die bräuchte auch ne was brauche ich denn da machst du 16 stück aha okay ein stack und es wirklich ein stack machen ja 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 du meinst du kannst ein stack auch machen ne hast du ja genug energie einfach in diese in pulverweise Marcel gönnt sich einfach richtig mit einem stack ja das ist ein stack ich weiß nicht was du hast das ist doch ein stack du meinst diese booster ach gut das sind jetzt 32 egal oder was meinst du du meinst die booster ja sag ich 8 10 12 14 16 jetzt hab ich enderpel das doch was solls so dann sie da rein so 80 meter ok so dann brauche ich noch den wildes terminal hab ich ja gar nichts von macht man das wie brauche ich dafür jetzt noch mal acht stück kalkulation presse kalkulation presse kalkulation presse ähm sechs 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 stück dann brauchen wir noch das brauchen wir nochmal das brauchen wir nochmal so das brauchen wir dann auch nochmal ok nein hä ich könnte mal rüber gehen und kapestiter banks bestellen war bevor ich hier rumstehe für was ja für mich was so dass ich mehr energie aus dem reaktor raussaugen kann ja das sollte man tun ja klar ich brauche die energie zwar nicht aber egal ich habe sie dann halt und den brauchen wir nochmal also so den pro brauchen wir prozessor so jetzt machen wir die hier ja ich brauchte das ich brauchte glas ich bin da doof egal aber genug von ich war nämlich hier und war ja nämlich hier quats quatsklar warum vier wir ja wir mal ein scheißdruck daraus würde ich machen start ich kann ja mal das gas auch benutzen ja machen wir mal acht acht stück acht das nächste 8 12 12 12 12 16 12 k k wir das kapacitor bank schon ist es voll jetzt muss ich es noch da liegen können ne muss ich das erst noch verbessern oder muss ich das erst ich du es erst verbessern ich muss das ja noch auf Universal Updaten zwei 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 ich schreibe halt groß weißt du wie heißt denn das jetzt hab ich das ausgeschrieben ah extra c ja du brauchst du für das Fluid Terminal extra cels und die Musik überspringe ich mal die kann man auch überspringen so ähm was brauche ich brauche ich mich jetzt besser das Fluid Terminal brauchst du es gibt doch Universal das gab's doch ja du brauchst das Fluid Terminal wirst Universal Terminal also den Blog den wo du platzierst den musst du machen den kombinierst du dann mit einem Wireless Terminal und dann hast du das Universal ach so ja es sind nämlich flüte ok flüte bestehen viele schallplatten dass ich habe so unfassbar da ist es okay also brauche ich brauche ich das da einmal das da einmal und was brauche ich noch den da einmal müssen wir so ein paar prozessoren als vorrat machen ich kann ich zwei machen können stimmt da wird er jetzt einmal angezeigt Scheiß. Kann ich noch einen machen? Ich brauche noch eins. Na gut, das können wir ja dann gleich machen. Das wird ja das erste Mal... ...Höes Universal Terminal. So. Und dann kann man hier... ...smeen können. So. Und jetzt kann ich... ...da dran. Aber Kraften kann man nicht. Man kann das bestimmt noch... ...irgendwie einbauen, ne? Das wird aber ein kleiner... ...ne, ich glaube, geht nicht, ne? Was denn? Da Kraften noch mit einbauen. Hm, das geht nicht. Schade. Äh... ...ja... ...äh... ...ja, ich würde jetzt gerne so eine Flurzell machen... ...und dann würde ich das anders automatisieren. Und ähm... ...ja. Dann machen wir das. Und jetzt fängt es an zu regnen.